Wuhuuu! Komm weiter am Rücken? Ja. Naja, echt? Ich war früher auf heute Morgen. Ne, das stimmt. Ja. Das war eher der Pfirabwehr. Ja. Schon. Ich habe auf jeden Fall das Wärmere. Also kommt das Wärmere. Was hast du genommen? Echt? Also mein Trieb ist voll bequem. Aber meins ist wärmer. Das eindeutig. Ja. Gut. Also ich weiß nur, dass ich es nicht kann. Ich mach mal so. Ja, das kannst du drehen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, ja, sind wir uns auch einig. Es läuft ja bei uns. Ja. So, und da fragst du dich wegen der Prüfung, wer länger schläft morgens, ja? Ja, weil ich Party machen kann, kann auch so Aufstich. Ich weiß nicht mal, wie man es bedient. Nein! Ja, für dich macht das deine Freundin. Ja, aber dann bin ich ja nicht. Ach so, ja. Ja, okay. Zumindest im Stall. Ja, im Stall. Ja. Ja. Ohne es zu wissen, aber ich bin schwindelfrei. Ja, ja. Glaube ich. Mein Pferd ist größer. Ja. Die Herausforderung nehme ich an. Okay. Musst du gar nicht angeben. Verdammt. Das wäre eine Challenge. Das ist so schlauer. Ja, 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 das ist so schlauer. Nein! Nein!